Am 6. Juli 1935 wurde in einem abgelegenen Bauerndorf in Tibet ein Junge geboren. Seine Eltern waren einfache Leute und ahnten nicht, dass ihr Kind einmal weltberühmt werden sollte. Als der Junge drei Jahre alt war, kamen Regierungsleute in das Dorf und erkannten in ihm die Reinkarnation des Dalai Lama, des religiösen und politischen Oberhaupts der Tibeter. Heute ist dieser Dalai Lama 82 Jahre alt. Weltliche Macht hat der buddhistische Mönch nicht mehr. 1950 hatte China seine Heimat Tibet besetzt. Jahrzehntelang bemühte er sich um eine Lösung des Tibet-Konflikts. Er bekam dafür sogar den Friedensnobelpreis, doch vor ein paar Jahren hat er sich aus dem politischen Geschäft zurückgezogen. Sein spiritueller Einfluss ist allerdings größer denn je. Millionen Menschen auf der ganzen Welt verehren ihn, nicht nur Buddhisten. Heute kommt der 14. Dalai Lama nach Deutschland. Welche Botschaft er mitbringen wird, schildert Mechthild Klein. Nach zwei Jahren ist der Dalai Lama wieder zu Gast in Deutschland, und zwar im Frankfurter Tibet-Haus, das in dieser Woche neu eröffnet wird. Dort sollen nun verstärkt auch säkulare Ethik und Meditation vermittelt werden. Der Dalai Lama hatte schon öfter gesagt, dass Beten allein nicht hilft, um die Probleme in der Welt in den Griff zu bekommen. Es braucht eine säkulare Ethik, eine globale Ethik. Das Frankfurter Tibet-Haus soll dabei eine besondere Rolle einnehmen. Das hat einen ganz klaren Auftrag, nämlich das, was säkulare Ethik bzw. säkulare Meditation ist, in die Gesellschaft zu tragen. Das ist der Anfang, glaube ich, das ist zumindest der Startschuss für langes, wahrscheinlich überlebenslanges Projekt. Das wird noch lange weitergehen. Sagt der Wissenschaftsautor Gerd Skobel, der das Symposium in Frankfurt mit dem Dalai Lama moderieren wird. Mit der säkularen Ethik sind Werte wie Mitgefühl und Fürsorge gemeint. Als säkulare Meditation gilt das aus dem Buddhismus stammende Achtsamkeitstraining und die Modelle von achtsamkeitsbasierter Stressreduktion, MBSR. Eine Neuausrichtung, die zahlreiche Buddhisten weltweit mittragen. In der Vergangenheit hätten die Religionen zwar viele positive Konzepte einer Ethik entwickelt, meint Skobel, aber viele Menschen fühlen sich kaum daran gebunden. Ist etwa eine gewisse Resignation dabei, dass das 82-jährige religiöse Oberhaupt der Tibeter eher auf säkulare Methoden und Institutionen setzt, als auf Religionsgemeinschaften selbst? Nein, sagt Gerd Skobel, das sei keine Resignation. Abgesehen davon muss man sich ja fragen, was wäre denn eigentlich die Alternative? Ich meine, die wird uns ja sehr vor Augen gehalten im Moment, diese Alternative, nämlich zurück zu den alten Werten, den sogenannten zurück zu den alten Religionen und den überkommenen Vorstellungen. Haben die uns weitergeholfen? Also meine Antwort darauf lautet eher nein. Dabei sieht Skobel durchaus, dass die Religionen im Abendland einst geholfen haben, Institutionen aufzubauen, die für Menschenrechte eintreten. Das ist eine der Errungenschaften des Westens. Das hat übrigens die buddhistische Welt in der Form nicht hervorgebracht. Auf der anderen Seite haben die Religionen uns jede Menge Kriege beschert. Das gilt fürs Christentum in ganz deutlicher Weise. Das gilt meiner Ansicht nach etwas weniger, aber eben auch für den Buddhismus. Denken Sie an die Auseinandersetzung in Myanmar im Moment. Skobel praktiziert selbst Zen-Meditation. Er ist überzeugt von der Aufklärung und glaubt, dass es in einer globalisierten Welt besser ohne die Einmischung der Religionen weitergeht. Und wenn man sagt, ja Moment mal, wo nimmst du denn jetzt die Werte her, wo kommen denn die Werte her, glaube ich, lassen sich Werte heute auch anders begründen und anders herleiten, als darauf, dass man sagt, naja, die hat uns jemand auf ein paar Tafeln verkündet. Ähnlich argumentiert der Dalai Lama. Das sagt sein tibetische Übersetzer Christoph Spitz, der auch Mitbegründer des Netzwerk Ethik heute ist. Er ist der Meinung, dass nicht eine Religion die ethischen Werte und Normen in der Gesellschaft vorgeben kann. Das wäre unmöglich, schon aus dem Grunde, dass es viele Religionen gibt mit ganz unterschiedlichen Glaubensinhalten. Und sein Ansatz ist auch, dass die Ethik nicht durch die Religion in unsere Welt gekommen ist ursprünglich, sondern dass sie tiefer in der Natur des Menschen angelegt ist. Dass es eher eine positive Kraft ist, die in den Religionen aufgenommen wurde und weiterentwickelt wurde. Das Suchen nach diesen übergreifenden Werten sei für den Dalai Lama heute eine ganz zentrale Frage, sagt der Meditationslehrer Christoph Spitz. Säkulare oder auch globale Werte wären zum Beispiel Mitgefühl und Fürsorge. Sie solle man nach Auffassung des Dalai Lama entwickeln und weitergeben. Und er sagt, es gibt zunehmend Menschen, die sich von Religion gar nicht angesprochen fühlen, die vielleicht Atheisten sind oder die Religion eigentlich nur noch rituell machen. Alle diese Menschen brauchen aber Ethik oder brauchen diese inneren Werte. Und deshalb ist eigentlich zu suchen, welche übergreifenden Werte haben wir. Die Idee des Dalai Lama, Religion ist Privatsache. Eine verbindliche Ethik hingegen brauchen alle Menschen, um ein Gefühl der Verbundenheit zu erzeugen und der Wertschätzung. Die Methode dafür komme aus Asien. Dort habe man eine längere Erfahrung mit Meditationsübungen, die mehr auf die Praxis zielten, sagt Gerd Skobel. Die Philosophen, Kant und Habermas, hätten zwar Theorien geschaffen, was ethische Normen seien. Aber man bleibe alleingelassen, wenn es darum geht, die Werte auch im Leben umzusetzen. Man müsse sich halt anstrengen und bemühen. Das ist aber ehrlich gesagt keine wirklich große Hilfe und hat ja auch nicht besonders gut funktioniert, wenn Sie sich die Geschichte der Gewalt in den letzten 300 Jahren ansehen, nachkannt. Der Osten hat meiner Ansicht nach, und damit meine ich den fernen Osten, hat meiner Ansicht nach Kulturtechniken hervorgebracht, die tatsächlich auf so etwas wie Aggressionen beispielsweise einen Einfluss haben. Die Ethik im Christentum und im Buddhismus und anderen Religionen sind sich sehr ähnlich. Nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehebrechen und so weiter. Skobel sieht die Unterschiede mehr in der Kultur. Hier Schuldkultur, im fernen Osten mehr Schamkultur. Der Unterschied hat mit einer Gewichtung zu tun im Alltag, die letztlich kulturell ist. Was meine ich damit? Bei uns läuft die Umwandlung von dem, was man gut erkannt hat, in Handlungen vor allen Dingen über einen Pflichtenkatalog. Das machst du eben oder das macht man eben so, dann strengst du dich mal an. Das geht im Grunde genommen überwiegend über eine kognitive Vermittlung, vielleicht noch durch Vorbilder, aber in der Regel funktioniert das Lernen, das ethische Lernen, moralische Lernen über Kognition. Also über erworbenes Wissen. Im Buddhismus sei das anders. Dort habe man meditative Techniken entwickelt, die helfen, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu steuern. Das wirke sich auch auf das Verhalten aus. Im besten Fall könne diese Technik zur Erleuchtung oder zum Erwachen führen. Das hat aber etwas zur Folge, was einen wirklichen Unterschied zu unserer westlichen Ethik produziert. Nämlich, ich nehme den anderen oder das andere nicht mehr als bedrohlich wahr, sondern in buddhistischer Terminologie als nicht zwei. Das andere ist eins mit mir. Aus dieser Haltung heraus, der Einheit, das heißt der Verbundenheit aller Lebewesen, aller Dinge miteinander, erwächst ganz automatisch im Grunde genommen die Idee und dann auch das Handeln, dass ich mit ihnen so umgehe, als wäre ich es selber. Das ist ein Ideal, das durchaus Ähnlichkeit mit der christlichen Nächstenliebe hat. Den Unterschied zwischen westlicher und östlicher Ethik sieht Skobel darin, dass der Westen tendenziell immer die Theorie betont habe, die Lehrsätze, die Normen und die Dogmatik. Während man im Osten tendenziell eher die eigene Erfahrung betont. Und kann ich der Westen vom Osten lernen, indem er sagt, sowas wie Achtsamkeitstraining, kann ich völlig unideologisch und abgekoppelt von Religion in Schulen integrieren und in andere Einrichtungen integrieren, weil es den Menschen hilft, besser miteinander umzugehen. Inzwischen hätten auch viele Achtsamkeitsanhänger die Kritik an ihrer Technik aufgenommen. Achtsamkeitstraining oder achtsamkeitsbasierte Stressreduktion müsse in eine Ethik eingebettet werden, forderte der Soziologe Hartmut Rosa, damit die Methode nicht eingesetzt wird, um Menschen auszunutzen. Stattdessen könne man die Achtsamkeitsmeditation daran koppeln, verbindliche Werte zu leben. Empathie ist heute in unserer Gesellschaft kein Selbstläufer. Mitgefühl ist meiner Ansicht nach auch kein Selbstläufer, sondern Menschen müssen hingeführt werden, dahin, ihr großes Ego nicht über alles zu stellen. Zumal sie irgendwann früher oder später merken werden, dass ihr großes Ego tatsächlich nicht wirklich alles ist. Und im Moment leben wir eher in einer Zeit, in der Religionen tendenziell dazu neigen, vor die Aufklärung zurückzugehen. Und die Grundprinzipien der Aufklärung hochzuhalten, finde ich in solchen Zeiten einen ganz entscheidenden Schritt. Es gibt eine Sehnsucht nach einem vergangenen goldenen Zeitalter, nach spiritueller Sicherheit. Doch aus heutiger Sicht, sagt Skobel, war das schon immer eine Illusion. Wir müssen lernen, dass wir nie mehr festen Boden unter den Füßen haben werden, auch nie welchen hatten, sondern uns immer nur auf fliegenden Teppichen bewegen. Wir müssen lernen, dass wir nicht mehr festen Boden unter den Füßen haben werden, auch nicht mehr festen Boden unter den Füßen haben. Und dann können wir nicht mehr festen Boden unter den Füßen haben. Und dann können wir nicht mehr festen Boden unter den Füßen haben.